Sorry fürs Schmatzen bei uns. Wenn's nervt, mach ich mein Mikrofon raus. Danke. Ich muss nur Kopfschissen. Oh, der Reload geht ja um eigentlich nur Lastfall. Obwohl ich das nicht drauf hab, dass ich nur danach lag. Aber es gibt einen. Oh Gott. Oh Gott, wie verämmigt. Oh Gott, wie verämmigt. Was ist das für ne geile Lobby? Unsere Leute spielen alle mit AR. Jetzt hab ich grad hier ein Level 25er getroffen. Oh Gott, ja, ich hab ihn glaub ich grad gesehen. Da kommt er übernimmt. Oh, ne, das ist der Typ. Den hab ich gestoppt. GG nur ein. Gott, hab ich gekriegt. Hm? Boah, ach so, der ist unter mir. Trotzdem campen sie. Na, pusht er mich? Ach, was mach ich? Ich blink grad an allen Gegnern vorbei. Ich versteck kann nicht. Oh. Ja, ich seh's. Specials kommen. Der ist mehr als in der Stunde gegangen, das habe ich. Im Ring ist ein Titan. Irgendwo. Hey, Mann. Oh Gott. Oh Gott, geh weg. Ich will den auch noch nicht sterben. Shit. Hm, bottom heavy ist ja noch. GT nur Tattens. Es geht nicht. Oh, wow! Oh, oh, oh! Tontaum schießen! Wie geil! In Rondelle! kassner ohne ball und ich bin übelst geblendet haben wir doch mal oh nein auch das kann aber kein derselbe der mich begonnen es ist meistens voll der game changer was macht man es gibt für das schwer ist nicht der ist sehr vertrauenswürdig es gibt ja mal fast ein auto im platz Spawn kill! Voll unfair. Die sind echt richtig schlecht. Das ist Wahnsinn. Ich hab verhebt die letzten zwei Schuße, seit ich die Goldieger. Nice. Geil. Also gibt's doch Skillbase mit Schmacki. Nice. Geil. Ich will immer gegen so Leute spielen. Das ist ja wohl saugeil. Ja schon. Danke. Danke. Danke.